hallo und willkommen zu einem neuen video von anime crossing heute mal anime crossing direkt und wir filmen was es jetzt neues ins spiel gibt also viel spaß wir haben extra gewartet das ging schon live wir haben uns aber extra nicht angeschaut weil wir das jetzt zusammen mit euch anschauen wollen und ich bin so gespannt ich mache das jetzt mal an okay gleich geht es los aber gleich geht es los ja hello everyone thank you for tuning in to the animal crossing new horizons direct today we'll be going over the details of the update for animal crossing new horizons the update is scheduled to be released on November 5th let's take a look at the free content coming to your island treffpunkte und begegnungen es gibt das eine cross in kaffee coming to the museum kaffee ja ich freue mich so da kann man dann wohnereinland guck mal wie das da drin aussieht 200 kostet dann ein kaffee kickback in relax while brewster serve you up a cup of its finest pan select kaffee ich liebe kaffee ich bin jeden tag kaffee und wenn man keine hat kann man auch viele spieler als mit den freunden zusammen kaffee trinken dann darfst du auch kaffee trinken kaffee trinken aber nur kaffee trinken ja ok nein 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 wir können nicht den steg benutzen woanders hinfahren ich liebe das nicht haben wir das so gewünscht wir können auf die turtle insel ich liebe das so Wir können auf ne andere Insel und Pflanzen abnehmen. Oder man kommt auf ne andere Insel. Guck mal, auf Neubes Insel gibt es auch was Neues. Man kann sich neue Figuren machen. Ja, die Trude. Und man kann sich dann neue Frisuren machen lassen. Man kann bei denen neue Sachen kaufen. Oh, das ist so schön. Guck mal, wie schön der hat. Neue Ungestaltungsidee. Ich freue mich jetzt auch nicht. Ich liebe diese Katze. Die sagt uns die Zukunft voraus. Der alte. Neue Haar. Wie so. Nugend springt dein Leben auf die Insel. Mit Dominik. Dominik sieht so süß aus. Gymnastik. Ey, es ist so abartig Neues. Viel Neues. Es ist viel, viel, viel besser als ich mir das gewünscht hätte. Viel besser als ich es mir je erträumt hätte. Wir haben die ganze Zeit nur von diesem Kaffee gesprochen. Guck mal, wie süß das aussieht. Guck mal, wie süß Dominik aussieht. Mit all seinen Bewohnern. Ach Dominik ist so cute. Das ist der süßeste den es gibt. Oh Onka. Insel verorten. Insel verorten. Ah, verstehe. Ja, ja, ja. Man kann Regel machen. Zum Beispiel, dass alle früher aufstehen sollen oder so. Ah, Regeln. Toll. Heimdienst. Heimdienst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann sein Haus endlich umstellen. Viel schön asiatisch. Asiatisch. Straftmäßig. Mit zwei Fenstern um. Und das ist normal. Man kann sein Lager weitermachen bis 500. 5000 steht da. Okay, 5000. Versüßt euch das ins Leben mit Nook Miles. So viele Nook Miles. Moment noch. Essen! Wir können kochen! Das Essen sieht so lecker aus. Das Essen sieht so lecker aus. Tomaten, Weizen. Oh mein Gott. Kartoffeln. Pflanzen. Oh mein Gott. Pflanzen. Karotten. So cottagecore. Dann gibt's eine spezielle Küche. Guck mal, das neue Möbel. Ja. Das ist so schön. Oh, das sieht so lecker aus. Das kann man dann auf den Tisch stellen. Bon Appetit. Oh Pizza. Und man kann es essen. Man kann es hinstellen und essen. Man kann es hinstellen und essen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. More Design options will be at your disposal. Ich kann nicht mehr. Die Lampen. Lampen. Ah! Ich kann noch zwei Brücken bauen. Und noch zwei Aufgänge. Ey, es ist so abartig viel mehr. Was? Neun neue Zaunarten. Ey, es ist so. Es ist so gut. Wer ist der Zaun? Das ist der von Harvey. Zäune umgestalten. Nein. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Sprich ab. Wow. Was? Juna bist mein Papa geil. Instagram. Neue Bilder. Instagram. Ja, das kommt. Das kommt mir doch schon. Wunder. Nein. Ah, okay. Oh, wie süß. Ich kann mir meinen Seitenzapf machen. Oh, voll coole Frisuren. Oh, wie süß ist sie. Aus Levine! Oh Caaaaod! Out Levine. Oh mein... Ohhhhh... Ohhhh!!! Jambes! Come schon ... Ohhhh!!!! Weestens, wir! Ohhhh!!!! gemacht Numero... What denn? Oh, Gott. Ich werde sagen... you'll be able to ease in die ich kann nicht mehr Oh je, die Tamina kommt. Oh ja, was ist hier los, Schatz? Verstauraum. Da kann man Sachen verstauen. Automat? Oh mein Gott, das ist so viel Zeug. Was passiert mit dem? Neue Lina von K.K. Schatz, Schatz, komm her. Neue Lina von K.K.K. K.K.Polga. Oh, wie ist es? Oh mein Gott. Wie ist es? Nein, geh rein, geh rein. Ja! 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 Wenn man sich nochmal verkrept umgießt, dann werden sie zu einem kräftigen Geräuden. Oh, wie cute! Ich kann sie sammeln. Ja! 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 Die kann man sammeln mit Musik damit machen! Ja! 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 guck mal was für ein computer und die lampen das kann man dauerhafter machen dann können wir baumhäuser machen und man kann das im traum stehen lassen man kann jetzt besser durch sein haus laufen und man kann sich dann auch auf die bänke setzen vielleicht laden sie euch zu gut nach hause ein die können ein besuchen zu hause das wird das letzte große kostenlose update von einem 5 november es dauert noch drei wochen bald bis das update kommt ich muss dich immer rausschneiden jetzt weil du nack bist man kann shoppen man shop man kann arbeiten man muss zum arbeiten wegfliegen das heißt man muss das geld dafür bezahlen dafür muss man geld bezahlen aber ganz ehrlich ganz ehrlich wenn es nicht so viel kostet ich hole mir das das ist eine erweitert um die geld kostet aber es ist so groß da können die dann urlaub machen und andere sachen noch machen das ist jetzt werbung das kommt aber das kostet extra geld dass man für jeden bewohner noch mehr verschiedene sachen machen kann dass die ferien machen können wie schön der ab ist so süß ich gar nicht mehr die künste die künste die künste also zum beispiel die mona wünscht sich teddies und dann soll man das da rein machen und alles andere kann man selber entschneiden da gibt es ja auch noch einen platz für die deponiert lanken film film dem das was ich in welcher und Es sieht fantastisch! Guck mal, die Tiffany Lampe! Außengestaltung! Dann kann man auch Außen einrichten! Ja klar! Hat die das eben so vergrößert, den Baum, oder habe ich mir das eingebildet? Man kann auch das Haus verschieben! Und es auszumachen! Man kann die Jahreszeiten entscheiden! Das ist so ein bisschen wie Pocket Camp Atmosphäre! Man kann auch so die Jahreszeiten entscheiden! Jetzt wird designt! Froggy Chair! Wow! Oh mein Lopez! Oh, wie er sich im Spiegel anguckt! No! Oh-oh, wie es ist! Oho-oh! Wie ist das? Ich werde mir dieses Video wahrscheinlich noch fünfmal angucken! Da kann man auch noch Zwischensachen machen. Es sind so viele Details. Also das reicht mir bestimmt für das Spiel. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich muss mir ganz... Man kann so richtig... Guck mal, eine Disco-Kugel. Und man kann das einscheiden, wie das Licht haben wir. Aber man muss sagen, das hier kostet alles extra Geld. Das, was ich jetzt vorstelle. Ich hoffe, dass es nicht so teuer ist. Die putzt es. Mach die. Die putzt es. Ja, aber... Oh mein Gott. Ein Pflanzhaus. Hallo, das sind Schmetterlinge. In der Bude. Was ist das? Da kann man sich auch Sachen holen. Mit Poki. Es gibt extra Poki. Das in dem Spiel gibt es dann Poki anstatt Sternis. Oh, der Arm ist so süß. Das ist die Nackel, die ich wieder habe. Das kann ich ja auch mal wieder. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Das ist mein Zahnfelser in Paradies. Hoffentlich ist das nicht so teuer. Ich will es! Ich will es! Eine Schule entwerfen. Wow! Diese Lampen! Oh mein Gott, die Küche! Ich muss das haben. Oh mein Gott, Drago! Ich weiß nicht, wie ich das alles verkraften soll. Ich auch nicht. Ich kann mich schon gar nicht mehr alle Sachen merken. Ich auch nicht. Hier gibt es das nicht von heute. Oh, wie süß! Das ist kein richtiger Platz für Dominik. Wie sah die Eben aus? Nein, nein, wir können nicht so entspulen. Was ist das? Chinos! Chinos? Ich weiß nicht, wer das eben war, aber es sieht so gut aus. Ja. So asiatisch gut. Was ist das? Für ein süßer Auge! Oh mein Gott! Das sieht so süß aus. Ah! Guck mal! Oh Gott! Was ihr mit Amiibo-Karten? Vielleicht muss man sich dafür noch die Amiibo-Karten kaufen. Noch zusätzlich. Das ist die Amiibo-Karten. Das ist wirklich ein süßes Halbnis. Das ist das. Oh, der Wunschläpp! Das ist der Karten. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Und das ist das. eigenen inseln die erlernen nicht schnicken weißt du da fangen sie die leute wieder dass alle sich das holen müssen die erweiterung mit kohle damit sie das zu hause auch umsetzen können auf ihrer insel das ist viel zu hause und bei gifting resident special souvenir ohne hilfs fast alle werden sich das kaufen guck mal schokolade kann man ihnen schenken guck mal wie süß die ist ihre roten nase number of homes you might even be able to suggest home remodels to your island residents what do you think turning every character's dream into a reality with thorough and creative design that's the work of paradise planning die lampen wie süß sieht der hase aus ja was sind das für neue karaktere oh gott 24,99 wir holen uns das das kostet 25 euro die vorbestellungen sind ab 29 oktober möglich happy home paradise kostet happy also heis die 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 Was gibt es da für neue? Die da! Die ist auch da! Der Affe ist auch da! Ja und die und die! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe kein Geld dafür, aber ich möchte so gern! Wir holen aber unsere. Oh mein Gott, diese neuen Charaktere, die sind so süß aus. Ich sehe mir! Oh! 5. November! See you on November! Ist jetzt fertig? Ja! Da kommt noch ein Abspann oder so. Vielen Dank fürs Zusehen! Okay, ist jetzt zu Ende. Also, liebe Leute. Jetzt zum Fazit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir bleibt die Spucke weg. Es ist so, so, so viel besser, als ich es erwartet habe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe mir das getan. Nein! Was möchtest du sagen, Schatz? Also, ich weiß gar nicht mehr alles, was es gibt, aber auf jeden Fall. 25 Euro für das alles. 25 Euro für das alles. Nein! Das sind auch viele Sachen kostenlos. Aber die meisten Sachen, die wir am meisten toll finden, kostenlos. Aber 25 Euro nur, das schnappen wir uns. Und die neuen Charaktere, die ich so mega cute finde, dazu müsste ich mir halt die Karten holen. Wir gucken mal. Aber ich kenne mich, ich kann es sowieso nicht widerstehen. Wir haben schon ein paar Karten, die wir jetzt aber nicht zeigen. Wieso? Amiwokarten. 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 Okay. Und Bewohnerkarten. Die wieso sie es finden, zum Beispiel Trita. Ich muss mir das Video definitiv noch ein paar Mal anschauen, weil ich habe so viele Details nicht vergessen. Äh, nicht vergessen, so viele Details schon wieder vergessen. Ich werde dieses Video jetzt bestimmt insgesamt fünf Mal angucken. Ich bin ein Freak, ich mache das immer so. Weil ich sehe jedes Mal noch was anderes. Und außerdem müssen wir ja noch jetzt voll lange warten. Bis zum 5. November. Aber ganz ehrlich, es hat alle, ich glaube, so viele Leute von der Community haben sich so gesagt, ja, so Spekulationen gemacht, was könnte kommen. Und es ist so vieles eingetroffen, so vieles, wo sich die Leute gewünscht haben. Und es ist so krass, weil eigentlich kommt es viel zu spät. Weil guck mal, Mama hat sich gewünscht, dass Turtle wiederkommt. Und Turtle kommt! Oh mein Gott, es ist alles, was ich mir erträumt habe, ist eigentlich gekommen. Ich auch. Oder gab es irgendwas, wo du dir gewünscht hast, was doch nicht jetzt gekommen ist? Naja, das wäre ein Balkon. Oh ja, das wäre voll schön gewesen. Man hätte so einen Balkon, wo vielleicht der Bewohner rausguckt ab und zu. Oder dass man den vielleicht sieht im Fenster. Auch bei unseren Häusern. Aber ich finde, es kommt halt ein bisschen zu spät eigentlich. Weil viele Leute der Community haben schon aufgehört zu spielen. Weil sie sich gesagt haben, es kommen einfach keine Updates, es kommen einfach keine Updates. Ich spiele nur noch eigentlich superkalbe Clash. Ich spiele immer noch jeden Tag fast Animal Crossing. Hey, du hast heute noch nicht gespielt. Gestern hast du auch nicht gespielt. Aber normalerweise spiele ich wirklich regelmäßig noch Animal Crossing. Ich eigentlich auch. Und was soll ich sagen, meine Insel ist halt schon fertig und ich habe nicht mehr viel zu tun. Eine zweite hat sie sich geholt. Aber jetzt gibt es so viele neue Sachen, die man machen kann bald. Die meisten Sachen gehören auf deine andere Insel. Und außerdem, du hast schon gar keinen Platz mehr auf deine andere Insel. Die sind schon voll gequetscht. Ähm, ich habe noch Platz und ich werde mir Platz schaffen. Ich freue mich so abartig auf alle Sachen. Das ist irgendwie wie Weihnachten. Und es ist nicht clever gewesen von Nintendo, weil sie hätten dieses Riesenupdate in kleine Häppchen verpacken sollen. Und hätten uns schon früher immer so zwei, drei Sachen geben sollen. Weil die machen jetzt alles auf einmal. Okay? Auf jeden Fall. Freuen wir uns. Wir sind gespannt. Und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eins, zwei, drei. Peace.